Musik Servus Facebook und liebe TSV1860 München-Fans! Wenn ihr vielleicht demnächst ins Stadion geht, um für eure Löwen zu brüllen und ihr noch nicht wisst, welches Fan-Outfit ihr dazu anziehen wollt, seid ihr bei mir genau richtig. Besucht mich einfach auf YouTube und da zeige ich euch ein bzw. mein Tutorial, was ich kreiert habe dazu. Ich warte auf euch! Bye, bye! Eure Banni!